Hier wohnt er, weiseste aller Weisen. Ein Bote will euch sprechen. Mein Herz ist euch bald zugetan. Diesen Kuss bezahlst du mit deinem Leben. Er habe als Gefangenen einen Edelmann aus der Bretagne, Sieur de la Montagne mit Namen. Wenn er ihn rette und in seiner Heimat mitbegleite, stehe dieser Edelmann und Stank war stets zur Seite. Ich hatte immer eine Handwerke, dass des Kriegs war das nicht seit seinem Gefühl. Das eine hat mich in der Fremde groß gemacht. Seid ihr zur Flucht mit ihm bereit? Der in meinem Leben allen sinnvoller Glees, wenn deine Liste ihn nicht befreien kann, folge ich ihm in die Unterwelt hinab und du fragst mich, ob ich mit ihm fliehe? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020